Was ist das? Oh man, die Super Mutanten waren jetzt echt... Das ist das letzte, was wir jetzt noch brauchen. Das kommt schon, zeigt euch nochmal. Das ist für die Spieler. Das ist für die Spieler. Ich nehme an, den Birdie Bird können wir jetzt sogar kaputt machen. Deswegen werde ich jetzt auch garantiert keine Artillerie Schlag anfordern. So, nice. Boah Alter, gerade eben wollte ich dich noch übernaufenbaren ey. Du willst ja nichts vergolden, ist nicht wahr? Dann können wir weiter gehen. Vielleicht, lass mich hier noch Muni und so holen. Hey. Noch hat unsere Stunde nicht geschlagen. Das stimmt. So, also los. Zwo, eins, Risiko. Dark Queen, Dark. Ich habe schon wieder vergessen, mir zu merken, wann wir genau angefangen haben und aufnahmen. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Das Geschäft. Wirklich. Oh, sieht schnitt gut aus. Wir werden weiter gehen. Und weiter gehen. Und weiter gehen. Und weiter gehen. Lass niemanden am Leben. Kontakt verloren. Ich würde sagen Whip. Das war RIP. Und weiter gehen. Du weißt ja. Wann hat jeder überlebt der Kampf. Wann hat jeder überlegen, der Kampf. Hey Deacon. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Jetzt gerade nicht. Tja. Wenn du es dir anders überlegst. So, jetzt. Ja, aber... Ei, ei, ei. Hier, hier bei mir. Los, nicht den Kopf verlieren. Endlich haben wir ein Fahrzeug. Oder ein Flugzeug. Oder was auch immer. Wir machen es so. Sobald der Vertibird fertig ist, fliegen wir damit hoch zur Pridvin und legen dort an. Von innen ist der Zeppelin verwundbar. Der Vogel wird durch gewaltige Gassäcke mit Wasserstoff in der Luft gehalten. Wirklich? Der ist voll mit Wasserstoff? Helium ist verdammt selten. Das einzige Gas, das häufig genug vorkommt und leicht genug ist, ist die gute alte Nummer 1 des Periodensystems. Wasserstoff. Und die lassen uns einfach landen? Die würden nie damit rechnen, dass jemand einen ihrer Vögel entführt. Und Dickens sagt, er bekommt uns schon an der Luftraumüberwachung vorbei. Boah, aber ich mach dir nichts vor. Deine Aufgabe ist nicht einfach. Du musst diese Sprengladung irgendwie an den Gassäcken befestigen. Und dann wieder rauskommen. Die Flugvorbereitungen brauchen ihre Zeit. Und die Bruderschaft wird uns die nicht einfach so geben. Wenn also Paladine auftauchen, halt sie mir und dem Vogel vom Leib. Also, im Handbuch steht, ah, genau. Ich hoffe, die kommt von der Seite und nicht von der anderen. Passt. Oh, sch. Heiße, ich mach da schon so schnell, ich kann. Äth, äh, was macht das Bedienfeld da eigentlich überhaupt? Jetzt dürfen wir. Tschül. Aha. Hey, das Wichtigste zuerst. Ich hab was von der Bruderschaft mitgenommen. Frohe Weihnachten. Aber noch wichtiger, Tüftel-Tom wartet den Vogel auf uns. Los geht's. Ah, okay. Das war ja easy. Das war viel zu easy. Hä? Hallo? Hallo? Also, dieser Steuerknüppel. Der sagte, du kannst dieses Ding fliegen. Klar, sicher. Hab das Handbuch komplett gelesen. Das Handbuch?